Ja, die Ultimate Boots-CD ist auch sehr oldschoolig, das hat einen gewissen Charme. Geil. Was hast du denn? Ich habe einen, ich war irritiert, dass das noch nicht von jemandem gepickt wurde, und zwar ein Spiel. Ja, Twitter war auch irritiert. Ah, okay, das wäre sehr schön, dann hole ich das hier mit nach. Und zwar geht es um das Spiel Threes. Wir haben hier, glaube ich, auch so ein Airplay. Haben wir das? Ja, ist ja fantastisch. So, Airplay machen wir an. Ich darf vorweg schicken, dass ich gescholten wurde, dass ich es nicht gepickt habe in der letzten Sendung, nach der letzten Sendung. Daher ist es gut, dass du das jetzt nachholst. Ja, das ist schön. Ah, super, mit aktiviertem Airplay stürzt sofort ab. Da muss, vielen Dank an der Stelle an Unity. Ein Spiel, das fantastisch ist, wenn man nicht zu sehr auf die Technik, mit der es umgesetzt ist, schaut. Es braucht 120 Jahre zum Laden. Hat einen unglaublich guten Soundtrack, der mich jedes Mal wieder glücklich macht. Darf man den hören? Weiß ich nicht. Man kann ihn kaufen, ich habe ihn gekauft. Ja, ich mache mal den Ton kurz aus. Der Sinn des Spiels, nachdem ich es jetzt nicht zeigen kann und es sicher auch genug Leute gibt, die zuhören, ist... Versuch es doch nochmal. Ich versuche es nochmal, ob es jetzt, wo es schon läuft, vielleicht kriegen wir es jetzt geairplayt. Der Sinn ist, man muss Zahlen zusammenstecken. Also zusammen addieren, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und zwar Zahlen bis zu drei. Ich habe jetzt Airplay angemacht, ich weiß nicht, ob ihr irgendwo was sieht. Das funktioniert ja fantastisch. Das ist ein bisschen blöd, weil man von unten rein swipen muss und die nach unten swipe-gie ist, da auch gleich im Spiel irgendwas auslöst. Ach, weißt du was? Ich mache es einfach nicht auf den Apple TV hier, sondern auf dein Air. Gute Idee. Ja, das habe ich ja gut gemacht. Ja, also der Plan ist, das Ziel ist, ich habe Kärtchen mit Karten in einem Grid von 4x4 und die Karten muss ich zusammenführen. Also ich kann Karten zusammenführen, indem ich zum Beispiel eine Karte mit der Nummer 1 und der Nummer 2 zusammenschiebe. Und dann ergibt sich 1 plus 2 ist 3. Dann ergibt sich eine Karte mit der Nummer 3 drauf. Und das ist aber nur so bei den Karten 1 und Karten 2, mit der Bezeichnung 1 und 2. Ab dann ist es immer so, ich muss identische Karten zusammenschieben. Also in dem Fall habe ich jetzt zum Beispiel zwei Sechser, die kann ich zusammenschieben. Und dann entsteht 6 plus 6 sind 12. Also man muss nicht wirklich rechnen, solange man erkennt, dass zwei Karten den identischen Wert haben und größer als zwei sind, weiß ich. Ich kann sie zusammenschieben. Und bei jeder Schiebeaktion schiebt es die komplette Spielfläche, also alle Karten, die auf der Spielfläche sind, in die Richtungen, die ich swipe. Sofern vor ihnen noch Platz ist, also vor ihnen noch Schiebeplatz ist. Und sobald ich schiebe, kommt auch eine neue Karte nach. Und zwar wird mir oben angezeigt, so ein bisschen wie bei Tetris, was ist das Nächste, was ankommt. Und das erscheint dann immer aus der Richtung, in die ich schiebe. Meistens an der Stelle, wo irgendwas passiert, aber auch nicht immer. Also das habe ich auch noch nicht ganz durchblickt. Und dann kann ich halt vorwärts schieben, rückwärts schieben, seitwärts schieben, um halt dann auf höhere Zahlen zu kommen. Und das Ziel ist natürlich, so hohe Zahlen wie möglich zu erreichen. Also natürlich, wenn ich sechs und sechs zusammenschiebe, kriege ich zwölf, dann schaue ich, dass ich noch einen zweiten Zwölfer bekomme. Schiebe die zusammen, um 24 zu bekommen. Kombiniere dann die vier 24 zu 48er und so weiter. Ihr könnt alle rechnen. Das Problem ist, dass man irgendwann an eine Stelle kommt, wo dann das komplette Spielfeld voll ist. Und ich kann in diesem Spiel ja nur schieben, wenn irgendwo noch mindestens ein Platz frei ist. Oder ein Platz frei wird dadurch, dass zwei Karten wieder zu einer zusammengefasst werden. Was passiert mit den Sachen, die von alleine mitgeschoben werden irgendwo anders? Die addieren sich auch, oder nicht? Wenn es denn möglich ist. Also in dem Fall passiert jetzt hier erstmal gerade gar nichts. So, jetzt passiert hier auch noch nichts. So, wenn ich jetzt hoch schiebe, um jetzt eins und zwei, ich habe jetzt ganz unten eins und zwei übereinander. Wenn ich jetzt nach oben schiebe, werden eins und zwei miteinander addiert. Zusätzlich stehen aber daneben jetzt auch zwei Dreier. Das heißt, wenn ich jetzt nach oben schiebe, werden jetzt meine eins und zwei, die ich addieren möchte, addiert. Und zusätzlich auch noch die zwei Dreier addiert. Und in dem Fall, in dem nächsten Fall, wäre es halt wieder dasselbe. Da stehen jetzt zwei Sechser nebeneinander und drüber eins und zwei nebeneinander. Das heißt, auch die werden zusammen addiert. Und ja, so geht das Spiel halt weiter. Und je nachdem, wie voll halt so eine Reihe ist, macht es halt auch Sinn, irgendwo irgendwelche Sachen hinzuschieben. Ich habe jetzt zum Beispiel in der obersten Reihe drei Karten, in der untersten Reihe zwei Karten. Und ich muss aber die, in der zweiten Reihe zwei Karten. Und ich muss aber die zweite Reihe weiter nach links bringen. Als die erste Reihe, was halt geht, weil in der ersten Reihe eine Karte mehr ist. Ich glaube, wer nur zuhört, der sitzt da und denkt sich, was zum Teufel. An der Stelle empfehle ich, dieses Spiel, egal was es kostet, zu kaufen, weil es unglaublich gut ist. Das Tutorial im Spiel ist fantastisch gemacht, weil es ultra einfach ist. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass der Soundtrack toll ist. Man kann den stundenlang anhören. Es wird einem nicht langweilig. Und sie haben auch diesen Figuren einen ganz, ganz großartigen Ton. Hören wir Ton über dieses Airplay? Jetzt schon. Ich habe jetzt mal die Musik ausgemacht, weil ich natürlich nicht weiß, ob da weiß ich nicht. Und wir hören jetzt schon, dass diese Karten, dass die miteinander, mit dir reden. Und wenn man jetzt zum Beispiel, ich schiebe jetzt mal zwei Karten zusammen. Oh, hey. Und jetzt begrüßen sie mich. Muss ich mal gucken, ob ich irgendwas machen kann, was nicht funktionieren wird hier zum A. Das wird jetzt auch funktionieren. Nope. Nope. Nah. Und, äh. What's up? What's up? Und, äh, umso höher die Karten werden, umso grimmiger klingen die. Und es ist einfach, die haben alles richtig gemacht, äh, von der technischen Umsetzung, ähm, mal abgesehen. Und, ja, das Spiel ist besonders, äh, das Ziel ist besonders, viele Punkte zu bekommen. Ähm, ja, es ist gut. Es ist sehr, sehr gut. Also meine, es ist beeindruckend, dass meine Timeline auch nach zwei Wochen, äh, oder sind es sogar schon drei Wochen, immer noch brennt. Ja, du. Mit diesem, mit diesem Titel. Also, ich frag dich jetzt mal, wie ist dein Highscore? 3.000 irgendwas. Ja, ja. Also, ich, ich komm leider nicht, nicht genug dazu. Das Schöne an dem Spiel ist, man ist dabei nicht unter Stress. Also, ich muss das nicht besonders schnell spielen oder irgendwas. Sondern ich kann mir wirklich die Zeit nehmen zu sagen, ich weiß, als nächstes kommt eine rote, eine zwei. Ähm, wo schiebe ich jetzt meinen Stack halt am besten hin, um die zwei am sinnvollsten zu benutzen? Oder ich weiß, als nächstes kommt eine, eine höhere Ziffernkarte. Also, ich weiß, ob eine Eins kommt, ich weiß, ob eine Zwei kommt oder ob eine höhere Ziffernkarte kommt. Also, wenn eine weiße Karte nachkommt, weiß ich nicht, welche Ziffer drauf ist. Ähm, kann aber so taktisch entscheiden, in welche Richtung ich jetzt schiebe, um nachher diese Karte sinnvoll zu benutzen. Und, ähm, von daher kann ich mir viel Zeit nehmen und überlegen, wo ich die, wo ich diese Karte hinschiebe, ähm, um zu einem, um zu einem sinnvollen Ergebnis zu kommen. Und das finde ich so angenehm, dass ich mir nicht den Stress machen muss, so, ähm, ganz schnell irgendwie das Spiel fertig zu machen. Sondern ich kann mir so lange Zeit nehmen, wie ich möchte. Ich spiele gegen niemanden, mal abgesehen davon, dass ich natürlich Gamecenter-Challenges verschicken kann. Ähm, und ich somit schon ein bisschen gegen jemanden spiele. Aber im Grunde ist es so ein Solitärspiel, das ich auch komplett für mich alleine spielen könnte. Und so mit ohne 2014er Schlumpfbären-Attack. Ganz genau, da ist, ich bezahle dieses, dieses, äh, Spiel einmal, äh, ist auch nicht, äh, nicht ganz billig. Also es ist kein so ein 79-Cent-Spiel, vielleicht kostet's nur 1,80, vielleicht auch mehr. Wie gesagt, das ist auch meiner Meinung nach völlig egal, weil es, weil es so gut und so unterhaltsam ist. Man muss wissen, das ist, das ist von, äh, Greg Woland, der hat beispielsweise bei Ridiculous Fishing mitgemacht, ähm, Hundreds und so weiter. Das kommt, das Geld ist da in einer guten Indie-Ecke aufgehoben. Sehr, sehr schön. Das sind so, die, das sind so die, die guten, nicht wahr? Das hört man sehr, sehr gerne. Hervorragend. Gut, Threes, Link und alles, was ihr dazu noch braucht, auf Bitsundso.de oder eine kostenlose Bitsundso.de. Genau, da seht ihr, da hab ich auch den, äh, ich hab den, äh, Link zum, wo man den Soundtrack kaufen kann bei Bandcamp reingepackt. Unbedingt machen, er macht glücklich. Gut. Leo, was hast du denn? Ähm, ich hab auch einen, einen...